Freunde, wer ist denn hier? It's magic. Freunde, wir haben euch eine Ankündigung zu treffen. Und zwar am 25. bis 27.09. findet die Ruhrpott Barbecue statt. Und auf der Ruhrpott Barbecue werden wir sein. Und unter anderem mit den anderen Grillern der deutschen Barbecue Szene ein Auflegen. Das bedeutet für euch, kommt vorbei, ihr kriegt auch was zu essen bei uns. Wir werden einiges, denke ich, für euch bereithalten. Wir freuen uns auf einen Austausch mit euch. Und ich würde sagen, teilt das Video, erzählt es den ganzen Freunden, dass wir da die Kiste, hätte ich mal gesagt, die Hütte rappeldicke voll haben. Und dann gemeinsam eine Menge Spaß haben werden an dem Wochenende. Ganz genau. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns auf der Ruhrpott. Und bis dahin, verfolgt einfach unseren Kanal. Es kommen noch ein paar Folgen. Ciao. Macht's gut.